Stell dir vor, du wachst im Krankenhaus auf, hast einen Unfall gehabt, ein Arzt kommt und sagt dir, wir mussten leider bei ihnen den Unterschenkel amputieren. Eine Welt bricht zusammen. Wie geht's weiter? Du brauchst eine Prothese, du hast eine Beinprothese und du siehst das alles vor dir. Und ich sage dir, das war früher eine Katastrophe. Da hatte man oft eine schlecht funktionierende Prothese, mit der man durch den Tag gehen musste. Viele haben sich zurückgezogen, haben gar nicht mehr am Leben wirklich teilgenommen. Heute aber ist es anders. Heute bist du informiert. Heute weißt du, es gibt elektronische Prothesen, die so auf deine Bedürfnisse angepasst werden können, dass du in den Sport zurückkehrst, dass du mit der Prothese fast ein normales, manchmal ein normales Leben führen kannst, dass du in Wettkämpfen bestehen kannst, manchmal sogar mit besseren Leistungen als Menschen, die gar kein Handicap haben. Von denen aus, das hat man früher für unmöglich gehalten, sogar ein sogenannter Prothesenleid ausgehen kann. Also was ich damit sagen will ist, die Technologie ist heute auch bei Amputation, beim Ersatz von Gliedmaßen, von Teilgliedmaßen riesig nach vorne gekommen. Sie ist teilweise richtig intelligent geworden. Mit dem Wissen geht man ganz anders in eine solche Situation rein und das will ich hier vermitteln. Auch das bedeutet, smarter, informierter Patient zu sein.